Die Gerste ist eine Pflanzenart und gehört zur Gattung Hordeum der Familie der Süßgräser. Sie ist eine der wichtigsten Getreidearten. Beschreibung Gerste ist ein einjähriges Gras, das Wuchshöhen von 0,7 bis 1,2 Meter erreicht. Die Pflanze ist glatt und unbehaart. Der Halm ist aufrecht. Die wechselständig und zweizeilig angeordneten Laubblätter sind einfach und parallel nervig. Die flache Blattspreite weist eine Länge von 9 bis 25 Zentimeter und eine Breite von 0,6 bis 2 Zentimeter auf. Die wichtigsten morphologischen Erkennungsmerkmale sind die zwei langen, unbewimperten Blatthörchen der Blattscheide, die den Halm vollständig umschließt. Das schmale und leicht gezehnte Blatthäutchen ist 1 bis 2 Millimeter lang. Das 1000-Korn-Gewicht liegt bei 35 bis 50 Gramm. Der errige Blütenstand besitzt eine flexible, also nicht zerbrechliche Rachis, darin unterscheidet sie sich von den anderen Hodeumarten. Die in Reihen stehenden, ungestielten Erchen sind alle gleich und fattil. Die Erchen enthalten meist nur eine Blüte, selten zwei. Die Hüllspätze ist lineal landsättlich. Die Granen sind 8 bis 15 Zentimeter lang. Der errige Fruchtstand mit langen Granen ist im reifen Zustand geneigt bis hängend. Botanisch betrachtet sind die Körner-Kaiopsen, also einsamige Schließfrüchte. Gerste wird anhand der unterschiedlichen Ehren in zwei- und mehrzeilige Formen unterschieden. Die zweizeiligen Formen entwickeln pro Ansatzstelle nur ein Korn, das voll und kräftig ausgeprägt ist. Bei den mehrzeiligen Formen treten drei Körner pro Ansatzstelle auf, die sich schwächer entwickeln. Zweizeilige Gerstensotten finden vorwiegend bei der Bierherstellung als Braugerste-Verwendung. Vier- und sechzeilige Gerstensorten sind überwiegend Wintergerstensorten, die im Herbst gesät werden und eine Fernalisation zum Schossen benötigen. Durch effektive Nutzung der Winterfeuchtigkeit sind die Erträge höher und die Nährstoffe günstig für die Verwendung als Futtergerste. Herkunft Ursprungsgebiete der Gerste sind der vordere Orient und der östliche Balkan. Die ältesten Nachweise von Gersten-Nutzung lassen sich bis 15.000 v. Chr. zurückdatieren. Gerste ist eng verwandt mit der im Nahen Osten vorkommenden Wildgerste. Als klassisches Getreide der Antike wurde sie vor mehr als 8.000 Jahren im Zweistromland und am Nil angebaut. Gerste Ein Korn und Emmer waren die ersten vom Menschen gezielt angebauten Getreidearten. Ab 7.000 v. Chr. begann die systematische Zuchtauswahl und seit der Jungsteinzeit wird auch in Mitteleuropa Gerste angebaut. Bei Wildgerste fallen die reifen Körner aus der Ehre und müssen mühsam aufgesammelt werden. Kulturgerste entstand wahrscheinlich durch eine nicht gezielte Auslese der Menschen, die bevorzugt eine Mutation ernteten und pflegten. Bei der die reifen Körner in der Ehre blieben, im Mittelalter wurde die Gerste als ertragreiches Viehfutter geschätzt. Durch die Züchtung anspruchsloser Sorten können die Erträge mit denen von Weizen konkurrieren. Neben der Qualitätssteigerung versuchte die Züchtung auch eine technisch bessere handhabbare granulose Gerste zu erzeugen. Dies ist zwar gelungen, die Form hat sich aber nicht durchgesetzt. Hierbei darf nicht vernachlässigt werden, dass auch die Grenn photosynthetisch aktiv ist. Unterarten und Varietäten Wildgerste Kulturgerste Zweizeilige Gerste Mehrzeilige Gerste Rohlgerste Hordeum vulgare F. Acryochiton Hordeum vulgare V. A.R. Coelesteel Hordeum vulgare V. A.R. Treifekartum Allefeld Nutzung Wintergerste wird überwiegend als Tierfutter verwendet. Sie zeichnet sich gegenüber der Sommergerste durch höhere Erträge und mehr Eiweiß aus. Für die menschliche Ernährung kommt überwiegend Sommergerste als Braugerste zum Einsatz. In nicht gemälzter Form wird Gerste zu Grütze oder Graupen verarbeitet und gelegentlich auch zu Mehl gemahlen. Punkt Der Gerste werden auch Heilwirkungen zugesprochen. Gestampfte Gerste wird schon von Hippokrates von Koss ausführlich beschrieben. Gerstenwasser, auch als Tisane bezeichnet, war im 19. Jahrhundert ein beliebtes Getränk für Kranke. Schösslinge wirken entwässernd und fiebersenkend. In Japan und Korea wird Gerstentee getrunken. Als nachwachsender Rohstoff wird Gerste bisher kaum genutzt. Die Körner könnten als Quelle für Stärke genutzt werden. Durch Züchtung konnte der für technische Nutzungen interessante Anteil verzweigkettiger Stärke Amylopektin auf über 95% der Gesamtstärke erhöht werden. Früchteaufbau der Körner Die Körner sind außer bei der Nacktgäste fest mit den Spelzen verwachsen. Vor der Zubereitung für die menschliche Ernährung müssen sie daher entspilzt werden. Dies geschah früher in der Mühle durch einen Gerbgang. Heute wird dieser Arbeitsschritt in einer Schälmühle erledigt. Gerste enthält Gluten, was bei Personen mit Gluten und Verträglichkeit zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Da Bier unter anderem aus Gerstenmalz gebraut wird, wird diesen Personen oftmals auch empfohlen, den Bierkonsum zu reduzieren. Durchschnittliche Zusammensetzung Die Zusammensetzung von Gerste schwankt naturgemäß sowohl in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen als auch von der Anbautechnik. Angaben je 100 Gramm essbarem Anteil Sternchen-Differenzberechnung Sternchen-Sternchen in manchen Ländern oft höhere Werte. USA bis 0,006 Milligramm Mittelamerika bis 2 Milligramm 1 Semiesentiell 1 Milligramm ist gleich 1000 Mikrogramm 1 Milligramm ist gleich eine Million Nanogramm Der physiologische Brennwert beträgt 1320 Kilo Joule je 100 Gramm essbarem Anteil. Produkte aus geschälten Gerstenkörnern Gerstengrütze Hierfür werden die geschälten Gerstenkörner zu Grütze geschnitten. Grütze wird in unterschiedlicher Körnung in den Handel gebracht. Graupen erhält man durch Schleifen der Gerstenkörner, wobei auch die Spitzen gerundet werden. Am bekanntesten sind die Perlgraupen. Dazu wird Grütze auf Schleifmaschinen bearbeitet, bis sie ihre rundliche Form erhalten. Gerstenflocken werden aus hydrothermisch behandelten Gerstenkörnern gewalzt. Gerstenmehl wird durch die Vermahlung von Gerstenflocken hergestellt. Gerstenkaffee, Malzkaffee als koffeinfreies Kaffee-Ersatzgetränk Zampa ist ein Pulver aus gerösteten und gemahlenen Gerstenkörnern, ein tibetisches Grundnahrungsmittel. Punkt. Stroh Gerstenstroh ist im Vergleich zum Weizenstroh zwar weicher und saugfähiger, aber als ein Streu nur bedingt geeignet. Reste von Grannen können bei empfindlichen Tieren unter anderem zu Reizungen der Atemwege führen. Gerstengras Gerstengras wird häufig bei der Tiermast eingesetzt. Aufgrund des hohen Nährstoffgehalts findet es auch Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel und wird in neuerer Zeit auch als Superfood gehandelt. Es enthält neben den Vitaminen B und C auch Calcium, Kalium und Eisen in größeren Konzentrationen. Für den Verzehr werden die Blätter der jungen Gerstenpflanze gefree getrocknet. Dieses Pulver wird in kühlem Wasser aufgelöst und eingenommen. Der Geschmack erinnert ein wenig an verdünnten Spinat. Gerstenkorn als Grundmaß Da ein Gerstenkorn eine relativ konstante Größe hat, bildete es früher die Grundlage für einige Maße und Gewichte, siehe Gerstenkorn. Anbau Anbauzyklus und Ernte Die Gerste zählt zu den Selbstbefruchtern, man unterscheidet zwischen Winter- und Sommergerste. Wintergerste, die im September gesät wird, ist ertragreicher. Ideale Wachstumsbedingungen für die Wintergerste sind Temperaturen unter 10 Grad Celsius. Bei länger anhaltenden Temperaturen unter minus 15 Grad Celsius erfriert die Wintergerste. Die Ausbildung von Nebentrieben ist vor dem Winter abgeschlossen. Aus ihnen entwickeln sich im nächsten Frühjahr die ehrentragenden Halme. Gerste gedeiht am besten auf tiefgründigen, gut durchfeuchteten Böden, aber auch mit ungünstigeren Bedingungen kommt sie zurecht. In der Regel beginnt die alljährliche Getreideernte mit der Wintergerste. Die Aussaat der Sommergerste erfolgt Ende Februar bis Anfang April. Sie reift in weniger als 100 Tagen heran. Nach den Phasen der Bestockung, des Schossens und des Ehrenschiebens folgen Blüte und Ernte. Die Ernte erfolgt bei Voll- bis Todreife. Wintergerste liefert je nach Standort zwischen 50 und 90 dT, Sommergerste 40 bis 65 dT Fruchtertrag. In Deutschland wird die Wintergerste auf ca. 1,24 Millionen Hektar angebaut, während die Sommergerste auf ca. 0,5 Millionen Hektar angebaut wird. Krankheiten und Schädlinge Viren und Pilzkrankheiten Das Gelbverzwergungsvirus und das Bali-Stripe-Mosaic-Virus sind die bedeutendsten Viruskrankheiten der Gerste. Der echte Mehtau ist die wirtschaftlich wichtigste Pilzkrankheit der Gerste in Mitteleuropa. Schwarzrost, Braunrost, Gerstenflugbrand Schädlinge Die Gerste wird von verschiedenen Nematodenarten befallen. Wichtige Schädlinge an der Gerste sind Läuse, VA, als Virusvektoren. Punkt Lagerung Wie alle Getreidearten muss auch Gerste vor der Einlagerung auf Feuchtigkeit überprüft werden, da ansonsten Schimmelbefall droht. Die Obergrenze der Kornfeuchte liegt für die Einlagerung bei 15%. Wirtschaftliche Bedeutung Die größten Gerste-Produzenten 2013 wurden laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO weltweit etwa 144,8 Millionen Tee Gerste geerntet. Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die 20 größten Produzenten von Gerste weltweit, die insgesamt 82,3% der Gesamtmenge ernteten. Die Erntemengen Österreichs und der Schweiz sind zum Vergleich angegeben, Sternchen ist gleich inoffizielle Zahl, siehe auch Liste der größten Getreideproduzenten. Die größten Weizenproduzenten Die größten Roggenproduzenten Die größten Reisproduzenten Die größten Maisproduzenten Die größten Haferproduzenten Erntemengen in Deutschland Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz veröffentlichte für 2013 folgende Zahlen zu den Erntemengen in Deutschland. Die größten Haferproduzenten